Eine andere Schwester, die Nathalie, hat ein zweiminütiges Zeugnis für uns. Nur zweiminütig. Sie ist eine echte Mama. Ich kann nicht so gut vor anderen sprechen, aber meine Schwester hier hat Druck auf mich ausgeübt. Ich möchte über das Zeugnis der Schwester, über den Mashiach sprechen. Ich habe einen Traum gehabt. Und dort hat die Trompete, die Posaune wirklich getönt. Und die Posaune sagte uns, wachen wir auf. Ich sah die Posaune und auf der anderen Seite die Leute, die nach und nach kamen. Jesus sagt, meine Schafe werden meine Stimme hören. Und die Leute kamen einer nach dem anderen. Und ich habe den Herrn gefragt, warum ist nicht eine große Menge da? Der Herr sagte mir, die Posaune, die tönt schon. Die Posaune tönt in den Herzen der Kinder Gottes. Und diejenigen, die vorbereitet sind, werden die Trompete hören. Bereiten wir unsere Herzen vor. Der Herr steht schon vor der Tür. Wir sollen uns auf das Reich Gottes konzentrieren. Unsere Seele, unser Geist, unser Körper wird die Herrlichkeit Gottes sehen. Wir sollen gehen in seiner Furcht. Der Herr segne euch. Es ist nicht einfach für mich, weil ich das erste Mal vorne stehe. Aber mit Gott sind alle Dinge möglich. Ich möchte noch etwas dazu fügen. Ich möchte noch etwas über unsere Geschwister, Bruder Bernard, Bruder Patience, Bruder William sagen. Ich hatte Atemprobleme. Ich konnte nicht zwei Minuten gehen, ohne erschöpft zu sein, ohne Erstickungsgefahr zu haben. Ich habe eine Sonde gehabt. Magen-Sonde und es war negativ. Ich habe nichts, sagten sie. Aber mir hat immer alles wehgetan. Wenn ich die Treppen raufstieg, musste ich mich erst mal hinlegen, bevor ich etwas anderes tat. Ich habe mir gedacht, vielleicht bin ich schon so alt. Vielleicht deswegen, weil ich als Frühchen geboren war. Und es war so intensiv, dass ich mich fürchtete. Dann bin ich zum Doktor gegangen. Und er hat gesagt, ich musste eine Herzfrequenzmessung machen. Und ich habe zum Herrn gesagt, dein Wille geschehe. Und ich habe eines Tages gearbeitet. Und ich habe innerlich so geweint. Weil ich konnte so schlecht atmen. Und ich sagte zum Herrn, soll ich jetzt sterben oder was? Herr, komm und hilf mir. Und ich habe, ich habe Autorität genommen. Und ich habe gebetet. Ich habe gefordert. Und ich habe gesagt, zum Geist des Herrn. Mein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und diese Krankheit muss weichen von mir. Dann habe ich gearbeitet. Und ich habe nicht aufgepasst so. Und am Abend habe ich mich hingelegt. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwas ist besser geworden. Und was ist passiert? Ich habe angefangen zu atmen. Am anderen Tag bin ich die Treppen rauf zur S-Bahn. Und dann bin ich gewahr geworden, dass ich mich nicht mal einhalten musste. Und ich habe gesagt, Herr, du bist Gott. Kein Pastor oder Bruder hat für mich gebetet. Aber das Wort Gottes, das ich bekommen habe, es ist nicht der Mensch, der heilt, sondern das Wort Gottes heilt. Er hat gesagt, meine Schafe, wir sollen seiner Stimme glauben. Wir sollen durch das Wort Gottes leben. Der Herr hat mich geheilt. Ich trage meinen Sohn hinten am Rücken.